Die hat nur was gefragt wegen dem PC. Wegen was? Wegen dem PC. Achso. Und ihr beiden raucht. Ihr raucht. Der Hammer. Du bist ganz schön groß geworden. Du bist ganz schön groß geworden. Mach's guter. Mach's guter. Schmeiß nicht. Ach! Ach! Im Kopf! Ach! Das war ein Fehler! Das war ein Fehler! Geh mal wiederher. Was ist denn da los? Okay, da darfst du dich ruhig trauen aufzumachen. Bitte was? Da darfst du dich ruhig trauen aufzumachen. Ich muss die Wände wegnehmen. Ja. Uh, guck mal. Das ist das.